Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Hi Luke. Moin. Wir sind immer noch auf Erkundungstour. Wollen wir jetzt mal gucken. Es sieht immer mehr nach einem Wrack aus, die Nerven kommen. Ja, stimmt. Ja, ich glaube das ist wirklich ein Wrack. Da bin ich jetzt hier quer rüber? Ähm, dahin denke ich. Ja genau, die Stelle meine ich. Ach, du bist ja schon am fliegen, okay. Du bist der Vorflieger hier. Es gibt Vorarbeiter, Vorflieger und dann gibt es dich. Ich fliege immer noch, man kommt hier sehr weit, du. Fliegst du nicht zu weit, weil nicht, dass du dann runterfällst und der Tank leer ist. Flieg nicht zu weit, mein kleiner. Ja, ich hab, ja, hast recht. Angst. Wieso denn? Ah, hier kommen wir gut rüber. Sparen wir wenigstens ein bisschen Sprit. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig hätten. Oh, hier kommt ja schon gleich eine Schlucht, oder? Natürlich. Ja, ist definitiv im Wrack. Geil. Ah, Giftfeld. Vorsicht. Oh, Giftfeld. Aber ist, äh, äh, zeitverzögertes Giftfeld. Ja und du hast dich schon ausgelöst. Ach, wenn man drüber fängt auch. Oh, mit Spucker. Ist aber ja nicht nett hier. Ich erkenne die Stelle wieder. Hier war die Szene. Renn! Ach, die! Ab nach Hause, renn! Ich versuche mal von hier oben den Spucker zu erwischen. Der ist schon tot. Bist du bei meiner Hilfe? So. Jetzt müssen wir abwarten, dass das Giftfeld weg ist und dann sprinten wir bitte durch, sammeln die Sachen auf und gucken noch, was das Ding benötigt. Ach, da ist noch ein Spucker. Oh, da sind Rahmen. Äh! Ach, da war zu tief. Ist ein Alpha. Ja. Ja, klar. Hier war ja der Alpha. Renn! Na gut, während du ihn ablängst. Danke dafür. Wo ist denn der Container von dem Ding? Da. Äh. Toll. Quarz-Oszillator. Hat man ja mal schnell in der Tasche, wa? Ach. Wir haben ja sogar... Das ist Wrack-Gas. Wir haben sogar ein Dings aufgestellt. Ja, siehste. Quarz-Oszillator. Er ist fast tot. Äh. Aber ich... Ich auch. Also... Ich bin lieber vorsichtig. Wow! Erst bei dir. Ja. Hab ich gemerkt. Wo ist das Ding? Da? Spuckst du hier rum, du Schott? Genau. Das ist doch ne olle Gasmaske, ey. Ach da. Hä. Shit. Erlitscht. So. Ja. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, aber irgendwie spucken die kein Gas mehr so wirklich, wa? Oder die haben so ne Art Cooldown. Dass die erst Gas spucken müssen, dann musst du abwarten, bis es vorbei ist und dann brauchen die eine ganze Weile zum Wiederaufladen oder so. Wäre fair. Frage, ob man hier wieder hochkommt, weil hier oben waren wir schon. Naja, also eigentlich bräuchten wir da nicht nochmal lang, wa? Wir können ja gleich nochmal auf die Karte gucken. Nein, das reicht nicht! Nein! Au! Na gut. Ich guck mal auf die Karte. Ähm... Ja, ey, wir haben ein gutes Areal abgesteckt jetzt, ey. Wir sind zwar genau auf der anderen Seite vom Dschungel, ähm, und unsere Entdecker, also unsere Explorer stehen sehr weit weg, aber, ja, wir haben viel erkundet. Weg zur Kohle. Das ist die Kohle, die du, äh, mit, äh, Alex damals gefunden hattest. Nein, Alexa, dich meine ich nicht. Stopp! Aus! Wunderbar. Alexa, Ärger, Luke. Gott sei Dank spiele ich nicht über Lautsprecher. Ach, verdammt! Aber sonst wird das gehen, ja. Also, hier im Nordwesten ist noch viel zu erkunden, Nordosten genauso, aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon einiges an Zeit vertrödelt, sage ich jetzt mal. Weil unsere Produktion sollte jetzt ordentlich was nachgezogen haben. Ansonsten können wir ja noch was Dekoratives machen oder was optimieren, was wir, äh, mit dem Baumaterial machen können, was wir jetzt haben. Und was wir grad nicht sammeln müssen, sage ich jetzt mal. Ich bin hier hochgekommen. Ähm, bestenfalls fliegend. Ich bin hier hochgekommen, sage ich. Achso, ich habe verstanden, wie bin ich denn hier hochgekommen. Ja, ähm, dass wir uns dann so langsam vielleicht doch wieder auf den Heimweg machen und dann irgendwie mal eine befahrbare Route suchen vielleicht für die anderen Regionen noch. Oder es gibt gar keine befahrbare, kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein, ja. So, hab nochmal SAM-Erz gefunden. Irgendwie, also ich habe mir definitiv mehr versprochen davon. Da ist auch irgendwas krasses, das würde ich sehen. Also vor allem Schnecken hatte ich mir davon versprochen für unsere Energieversorgung, aber... Ich meine, na gut, wir haben noch Schnecken in den Kohlekraftwerken, ähm, weil wir noch gar nicht so viele Ölkraftwerke haben. Ja. Na gut, das wäre ja auch noch ein Projekt, dass wir noch mehr Öl nach Hause bringen. Siehst du mich oder kannst du sehen, wo ich in etwa bin oder bist du schon zurückgelaufen? Ähm, ich bin so relativ grob in deine Richtung unterwegs. Ich habe nur noch hier ein bisschen Stahlbeton und sowas eingesammelt beim Wrack, was wir liegen gelassen haben. Robin, ich möchte den Bergab checken, den man immer aus Entfernung sieht. Und ich höre mich übrigens selber ganz viel. Ja, dann geh doch mal leiser. Was? Meinst du den da? Ja... Da will ich einfach endlich mal drauf, wollte ich damals schon. Ja, das können wir gerne machen. Ich bin auf dem Weg zu dir, mehr oder weniger. Ich bin hier. Hoch wie es geht. Äh... Fast, fast so hoch wie es geht. Ja, das ist der Felsen, wo ich nicht hochkomme gerade, weil mein Tank dafür nicht ausleicht. Doch, doch kommst du. Aber nicht von der Seite, wo ich bin. Da. Das sehe ich nicht, wenn du auf der anderen Seite vom Felsen stehst. Ich habe da hingepingt, wo wir eben gegen den Alpha gekämpft haben. Was ist das hier vorne? Echt? Ja, da sind Vorsprünge. Ah! Ja, ich war so ziemlich genau auf der anderen Seite. Ach du Scheiße, das war jetzt eine ganz doofe Idee. Zum Glück ist hier so ein Gewächs, ey. Oh, Pilze. Guck mal Pippchen, hier wachsen Pilze. Und da sind noch zwei Spuckis, wollte ich gerade sagen. Zwei Hullenhunde. Zwei Hullenhunde? Hunde. Hunde. Du Hund. Was? Ah, die treffe ich von hier nicht. Schade. Aber den Stein möchte ich abchecken. Ähm... Ähm... Oh Gott. Da kommt man hoch. Sau knapp, aber man kommt hoch. Jaja, ähm... Nee, ich war nur gerade am fliegen und dachte mir, guck mal nebenbei noch im Inventar. Aber er flog dann einfach immer weiter. Okay. Ich dachte, er macht einen Landeanflug, aber falsch gedacht. Bist du schon oben jetzt? Nee, nee, ich wollte jetzt erstmal ein paar Nüsse fressen. Phrasen. Ja, will ja nicht jedes Mal Inhalatoren verwenden. Ich hab nämlich nur noch drei. Ich hab gar keinen mehr. Ja. Ja. Du bist ja auch letztens auf dem Hub gestorben. Ja. Das ist korrekt. Ja. Oh, Leute. Ich meine, es ist ärgerlich, dass die ganze Ausrüstung weggegangen ist dadurch, aber... Cool war's schon, irgendwie. Nein, war das... Es ist alles weg, alles. Ja, aber... Ähm, ähm, äh... Oh, ich glaub, ich hab Mist gebaut. Ähm. Hä? Hä? Micha... Soll ich zurückkommen und dir zeigen, wo das da hochgeht? Robin? Ich bin schon wieder da, wo ich gestartet bin. Ich fass es nicht. Soll ich dir zeigen, wo es da hochgeht? Ich seh dich doch. Ich komm jetzt einfach erstmal straight in die Richtung. Ja, nee, da geht's nicht hoch, wenn du in diese Richtung kommst. Komplett gar nicht? Nein. Hä? Pass auf, ich zeig dir, wo es hochgeht. Ich steh hier ganz oben. Warte, 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 ich komm noch mal an die Stelle zurück, da wo du hingepingt hast. Ja, ich seh dich, ich weiss, wo du bist. Und hier sollen jetzt Vorsprünge sein, sagst du. Ah, ja. Also hier stehe ich jetzt auf dem ersten. Ah, warte mal da. Annie, hier war ich doch gerade eben. Hey, hier ist doch das Wrack. Ja. Aber da komm ich, hey, da hab ich doch mehrmals versucht, ach, da wirst du von weiter oben hochgesprungen sein. Nein, komm her. Hinter dir. Ja. Ich bin nur erstmal auf dem Podest, aber ich hab schon mehrmals von weiter unten probiert, da rauf zu kommen und das ging nicht. Du bist an der falschen Steinseite. Hä? Guck auf den Kompass, wo ich bin. Schießt du hier auf mich? Habe ich dich getroffen? Ja. Ehrlich? Ja. Übel durch den Wald. Das ist nicht förderlich, wenn ich nach oben fliegen soll. Du bist auf jeden Fall auf der falschen Steinseite. Also da kannst du so hoch fliegen, wie du willst. Sag mal, ich war gerade auf der anderen Seite, da sagst du, da bin ich falsch. Du bist dein eingeschränktes Raumbewusstsein gerade, ne? Ey, wieso? Ich war gar nicht auf der anderen Seite, da sagst du, da bin ich falsch. Das kaffelt mich an. Komm her. Wieder dahin. Nicht wegrennen. Warum bist du denn jetzt weg? Du hast doch gerade gesagt, ich bin da falsch. Ja, bist du auch. Aber komm jetzt her. Komm. Ja, wo? Komm, 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 komm. Zurück da, wo du gerade eben warst, wo ich dich geschossen hab. Genau, hier. So, jetzt komm bitte mit. Nicht auf mich schießen, sondern mitkommen. Äh. Ach Gott. Erster Vorsprung. Äh. Bis hier. Äh. Ja und eben. Das ist ganz knapp. Ja und eben hier bin ich noch nicht mal hoch. Das ist ganz, ganz knapp, schaffst du das nur. Ja und jetzt genau hier hin. Reicht nicht. Boah, Schmierer fast tot, ey. Wünscht du euch nicht auch einen Kletterlehrer, der auf euch schießt, während ihr in der Luft hängt? Du, ich kann den Auftrag über, äh, übernehmen, wenn du willst. Ach komm schon, jetzt ruch da. Mann. Oh, hier ist noch ein Vorsprung. Ja, richtig. Aber es geht auch ohne den zweiten. Sag mal, ist das da ein Erz, was da an der Wand hängt? Oh, toll. Jetzt klingt noch ein Glitch hier. Okay, gut. Äh. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Ich will nicht mehr. Oh, halben Lebensbleiben habe ich noch. So, keine Nüsse mehr. Ach Robin. Na, Alter, woher soll ich denn wissen, wo die scheiß Vorsprünge sind, Mann? Ich habe das doch auch trial and error mäßig rausgefunden. Ich habe es dir gerade sogar gezeigt. Ja, und dann warst du weg. Ja, dann bin ich einen höher. Komm wieder runter. Ich zeig dir den ganzen Weg nochmal. Nö. Ich gehe jetzt die Brücke da hoch. Nee. Doch. Das ist uncool, das ist dir klar, ne? Ja, weil du die nicht gesehen hast, oder was? Nein. Wir sind Bergsteiger. Mhm. Keine Brückenläufer. Ja, Bergsteiger mit Jetpack. Ja. Mhm. Und lass mich raten, du hast gewusst, dass diese Brücke hier ist und lässt mich hier ständig auf die Fresse fliegen? Guck mal, ich habe es schneller geschafft, als du mit deiner Brücke da. Okay, jetzt bin ich wohl durch. Ja, schöner Rückwärtssalto. Also, im Rückwärtssalto in der Bewertung 10,0. Also, ich habe so ganz knapp überlebt, das glaubst du gar nicht. Ja, schön für dich. So, und wo wollten wir jetzt hin? Das zeige ich dir, wenn du mich nicht hier die ganze Zeit... Was heißt, ich schieße einmal auf dich, ja? Die ganze Zeit schieße du hier auf mich. Ja, ja. Guck mal, ich bin ja schon zum fünften Mal hintereinander hochgekommen. Und wo bist du jetzt? Sag ich dir nicht. Du musst auf den Vorsprung da, auf den Vorsprung. Nee, will ich aber gar nicht. Okay, wo ist denn jetzt dieser Berg? Kommst du jetzt her? Ja, wieso, du bist doch noch am hochklettern. Nein, ich bin schon da, wo wir eben waren. Wenn ich jetzt wieder dahin gehe, wo ich hin will, dann bin ich schon wieder ganz weit weg von dir. So. Ziel gesichtet. Ich muss mich erstmal orientieren. Orientate. Ja, orientate. Andere würden fragen, warum denkt ihr jetzt an den Orient? So, schön, dass wir jetzt hier oben sind. Und wie geht's weiter? Ich weiß nicht, wo du bist. Wie, bin ich nicht über dir? Nö. Hä? Ach, da hinten bist du. Okay. Hä? 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 Was? Hä? 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 Aber ich bin doch auf dem Felsen drauf. Hä? Du bist zu schwer darüber gekommen. Ja? Jahre, du bist ja einfach irgendwo hoch gegangen. Na, ich war auf dem Felsen drauf. Da habe ich mich erstmal orientiert. Ich habe mich umgeguckt. Was? Ach, da bist du hier mit Weitflug darüber oder was? Yeah. Aber lass mich raten, da wo du tot... Ach, du bist doch nicht tot, okay. Oder bist du tot? Noch nicht. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft wieder. Oh, nein, 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 nein. Du, Luke? Bist du schon wieder unten? Kannst du bitte mal zurückkommen? Bist du tot? Bisschen? Ja, okay. Es hat ein halber Meter gefehlt. Ey, cool, die... Man lädt sich die letzten drei Lebensbalken ja wieder auf. Äh, ja, ja. Also da im roten Bereich sozusagen. Genau. Aber das Gute ist, ich lieg da mit Superman-Pose. Ja, das stimmt. Nicht den Busch. Nicht den Busch belegen. Dankeschön. Gerne. So, folgst du mir jetzt bitte. Ja, jetzt weiß ich auch, wie du da hochgekommen bist. Ich dachte, per Jump-in-One auf den Felsen, wo ich die ganze Zeit rauf wollte. Aber. Du folgst mir ja schon wieder mit deiner Brücke da. Bevor ich wieder tausendmal runterfalle. Wie gesagt, ich weiß doch nicht, wo diese Vorsprünge sind. Hier ist der Erste. Oh, schön für den Ersten. Ich bin schon oben. Ja. Auch. Oh, man kommt mit fast einem halben Tank sogar rüber. Ja. Wenn man ein bisschen weniger drückt. Nicht da einfach hoch. Nicht da den Rüssel hoch? Doch, aber du musst erst hier auf den Ast, wenn man den auch trifft. Oh, daneben. Warum treffe ich den Ast denn jetzt nicht mehr? So, hier ist ein Ast. Okay, du hast recht. Ja, ich habe das jetzt schon fünfmal gemacht. Hier oben ist der Ast? Ja. Von hier kommst du dann da hoch. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich gesagt. Also es sah so aus, als wenn man da locker hochkommen würde. Dann sind wir auf einer sehr hohen Stelle in dem Spiel. Boah. Ist das jetzt das High-End-Game? Nicht zu weit laufen, der geht nicht durch. Der ist hier zu Ende. Ach, das ist der. Den wir von weitem gesehen haben. Okay. Ja, und dann links hoch wahrscheinlich, ne? Punktlandung oder was? Oder den Vorsprung da drüben? Ich würde entweder den Vorsprung nehmen oder vielleicht sogar den da drüber, wenn es geht. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch, weil wir haben ja eine ballistische Flugbahn, ne? Let me try this at home. Und drücke ich mal derweil was. Ja, das läuft locker. Okay, also gibst du erst Gas für Höhe und dann lässt du dich rübergleiten oder was? Genau. Okay. Ich bin noch mit fast einem halben Tank angekommen. Ich mache dir mal eben Platz, dass du hier ordentlich landen kannst. Das ist ja nett. Oh, Vorsicht, Gift fällt da oben. Ja, ich weiß, es ist schon berühlig. Alter, ich komme hier drüber. Ja! Oh, Gift. Genau über uns. Tschüss. Ja, es ist richtig, genau über uns. Warte mal, ich komme mal mit zu dir da runter. Ey, wir dürfen jetzt hier nicht abstürzen, Alter. Ich will mal eben gucken. Ey, du mal gucken, du. Wo wir denn hin können? Äh, ich sehe schon, hier drüben. Ja, das könnte klappen. Können wir hier an der Seite lang. Äh, warte mal, ich mache mal den Baum weg. Pass mal auf. Ja, ja. Das geht doch so. Das geht doch ohne, okay. Gut, ja. Hier Anlauf nehmen und dann links rüber, sozusagen. Machst du wieder trying? Boah, das wird klappen, aber... Let me try! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir so gut tun. Nach unten, nach unten, nach unten auf den. Boah, guck mal, da links kommen wir weiter, ne? Oh oh. Oh oh. Wow! Wow! Ein hoch auf die Glitches! Äh? Äh, 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 äh. Ich bin gerade auf so, naja, auf so einer Rüsselspitze gerade gewesen und hab keinen Schaden bekommen. Stopp. So, dann komme ich mal zu dir da hoch. Ich glaube, du bist auf dem oberen Plateau, ne? Ja, moin. War mir nicht vorhin hier? Weiß ich gar nicht. Sieht alles so gleich aus, ey. Aber wir kommen den Ziel mal näher. Dem, äh, Wurzelbaumberg. Und ich glaube, ich sehe schon von Weitem eine Schnecke. Ja, eine grüne. Robin, der Schneckenleger. Äh, was ist denn das da unten? Ach, kick mal! Haha. Kennst du das wieder? Jau, stimmt. Und da hat man auch ne Schnecke gesehen. Versuch mal hier rüber zu kommen. Ja, genau, das meinte ich auch. Wollte klappen. Bestimmt, klar. Locker, locker, locker. Ah, und da rechts kommen wir locker hoch und da sehe ich auch schon die Schnecke. Schnecke. Nein, nein, hoch da, hoch da. Nein, 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 nein. Puh, ha, ha. Alles gut. Meine Augen waren abgelenkt von dieser sexy Schnecke. Ja. Wir füllen es cheaten? Was, cheaten? Nee, komm, schau mal so. Oder? Guck mal, da wurde es sinnbar und jetzt kommen wir da hoch. Okay. Geht bestimmt auch so. Nee. Oh, Uran. Oh, ein Wrack hier oben drauf. Oh, schön. Und Uran. Oh, stimmt. Das reicht tatsächlich nicht. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, dann. Und Computer. Oh. Computer sind immer gut. Ach, Mann, man sollte erst mal warten, bis der Tank vorher ist, verdammt. Der hat ja so... Hier ist so viel Uran. Okay. Auch Vorkommen, oder? Ich würde sagen, nö. Okay. Das Problem ist... Wir haben die Schutzanzüge noch nicht, ne? Ich habe nichts, um mich hoch zu heilen. Ich kreple die ganze Zeit mit drei Strichen rum. Dann kommen wir zu mir rüber aufs Plateau. Ich habe hier noch einen Inhalator. Den würde ich brüderlich mit dir teilen. Liegt schon drauf. Aber nicht an und angesabbern. Nee, nee. Okay, dann... Den anderen habe ich noch hier. Den kannst du aber jetzt einmal benutzen. Also, ich hatte noch zwei Inhalatoren, meinte ich. So, dann guck mal. Da kommen wir hoch an der Kante. Ja, ja. Ach, cool. Ich sehe gerade, dein Flug-Move ist so ein bisschen Iron-Man-mäßig mit den Händen als Steuerung. Hier ist doch ein Vorkommen. Ist das ein Vorkommen? Ich glaube, das ist ein Vorkommen, weil es hat gerade geglänzt. Weiß ich nicht, aber ich werde jetzt einen Ninja-Move machen. Du auch, ja? Wo bist du denn? Oben. Oben rüber geflogen. Ja, ich habe es probiert, aber jetzt bin ich voll drin in der Suppe. Stopp. Ist nicht... Ich dachte, ich kann oben auf dem Container safe sein, aber falsch gedacht. Mir wachsen schon Tentakeln gerade. Wachsen einem dann Tentakeln? Nee. Aber ich würde mal sagen... Aber ich habe... Uran-Rack. ...21 Batterien eingesammelt. Oh, nice. Funksteuerungseinheiten. Okay. Tierstück. Und 19 Platinen. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Die können wir mittlerweile ja selber bauen. Hast du geguckt, was man für das Wack braucht? Ne, ich kam gar nicht erst bis ran. Ich wollte lieber schnell raus, aber ich sehe gerade, so viel dolle Schaden hat es jetzt doch nicht gemacht. Ich gucke jetzt. Das sieht immer gefährlicher aus, als es ist, glaube ich. Ähm... Sechs Turbomotoren. Es gibt Turbomotoren. Was? Beschriftest du gerade? Ja, habe ich auf Turbomotoren geschrieben. Gut, okay. Alter Schwede. Dann würde ich sagen... Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn das da? Ach, unser Radar-Turm. Da. Wo? Da. Da sehe ich den Radar-Turm. Oh, hier ist noch ein Wackteil. Okay. Kühlkörper 17 liegen hier oben. Nice. Aufpassen, du musst knapp springen, weil... Ach, da oben bist du. Warum? Da ist doch der Wurzelberg. Ja, aber wir können doch da eben das Wrack abchecken hier. Da oben? Ach so. Das ist ein Rest von dem Wrack hier unten. Ja, das ist richtig, aber... Da liegen sechs Turbomotoren. Und hier sind 300 Viecher. Also irgendwas muss doch hier sein. Äh, ja. Der Eingang zum Wald. Ach, deswegen sind die Viecher da? Keine Ahnung. Ach, da ist unser Turm. Stimmt, wir sind jetzt so hoch wie der Turm. Ja. Das ist der Radar-Turm. Faszinierend. Ja. Aber ich würde mal zuerst noch da drüben bei dem Wurzelberg gucken gehen. Ja, da würde ich auch. Ach cool, jetzt sieht man ja auch das rote Computergebäude von hier aus. Ach was. Ja. Komm mal hoch. Stimmt, ja. Jetzt sehen Sie den Zuschauer auch mal, nachdem du es schon gespoilert hast. Was? Das werde ich dir ewig vorhalten. Okay. Ach, gleich ist es soweit. Ich wollte immer schon auf diesen Berg hier. Dito. Oh Gott. Oh Gott. Achtung, das sind Giftsdinger. Es geht gut, es geht gut. Oh, da ist ein Vorkomm obendrauf. Ja. Ah, da ist irgendwas. Oh Gott, was ist das? Ist das SAM? Ähm. Oh, komm schon. Lass das SAM-Erz sein. Jawoll. Eine violette Schnecke. Es ist zwar unrein, aber das ist SAM-Erz. Ehrlich? Ein Vorkommen? Ein richtiges Vorkommen. Nice. Hammergeil. Deswegen sieht das hier so verwachsen aus. Vermute ich mal. Also, SAM ist ja irgendwie so das Mysteriöste hier. Abgesehen von entsprechenden Sphären, aber. Hast du noch, äh, Dingens? Nee, ne? Signalisatoren? Nee, 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 nee. Aber ich hab jetzt dann bloß noch einen. SAM. Oh. Ich seh grad meine Tastatur nur zur Hälfte. SAM Vorkommen. Unrein. Oh Gott, wie willst du die hier runterbauen? Hast du grad einen Miner gesetzt? Nee. Achso. Achso, Werkbank. Warum? Achso, du willst noch welche bauen. Okay. Sehr gut. Hast du echt die Mazda für bei? Ja, hast du ein bisschen Draht? Nein. Ich hab aber Kabel. Ja, toll. Kabel hab ich auch. Kann man aus Turbodraht... Warum geht ein Turbodraht dafür nicht? Das ist ja blöd. Ja, wär nicht mal eine Option, wa? Eigentlich ja, ja. Du warst grad sehr leise. Eigentlich ja, ja. Es fehlen acht Draht, ganz ehrlich. Ich seh auch grad unser Schwefelvorkommen. SAM und Schwefel in einer Linie zum Computer. Ach was. Ja, krass. Stimmt. Aber mal ganz ehrlich. Würde sich da nicht eine Luftzuglinie anbieten? Also, ein Zug quer durch die Luft? Ja. Eigentlich ja. Ich meine, bei so einer Direktverbindung, das ist ja wie Fluglinie. Ist hier irgendwo ein Kupfervorkommen? Also so ein kleines, was man abhauen kann? Ich guck mal auf der Karte, weil wir haben sie ja eigentlich markiert. Ein kleines meine ich, einfach nur, was zufällig im Boden wächst. Achso, keine Ahnung. Es gäbe dreimal Kohle dann hier. Aber Kupfer? Ich meine, wir sind ja grad erst dabei, hier zu erkunden, ne? Ach, Kalkstein, verdammt. Äh, es gäbe im Süden Kupfer normal. Im Süden? Ja, aber das ist unge... Äh, warte mal. Moment. Bestimmt super weit weg. Das ist, äh... Hattest du deinen Entdecker nicht bei meinem geparkt? Ja. Warum steht er jetzt bei unseren... Ähm... Äh... Nein. Was denn? Guck mal auf die Karte. Ja. Da guck mal bei der Quarz-LKW-Station. Also recht von uns. Seh ich gerade nicht. Warte, ich fliege ein bisschen um den Stein rum. Achso. Ich denke, du guckst auf die Karte. Ach, Karte. Karte. So. Ja. Bist du drauf. Rechts von uns ist LKW-Station Quarz. Äh... Dann guckst du nach unten, unter diesen See... Warte, warte. Ja. Und unter dem See... Was steht da? Wie viel nochmal? Du guckst auf die Karte. Du siehst uns auf der Karte. Ja? Ja. Dann guckst du von uns aus gesehen nach rechts. Ja. Da steht LKW-Station. Ja. Von LKW-Station aus guckst du nach unten ein bisschen links. Achso, der Entdecker. Ja. Du darfst nur raten, welcher das ist. Weiß ich nicht. Ach, das ist der, den du in die Schlucht gefahren hast? Genau. Okay. Also, ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Das lass ich mir nie wieder von dir vorhalten. Ich hab ihn nur falsch geparkt. Also, ich hab auf jeden Fall ein Kupfervorkommen gefunden. Aber wenn ich das hole, komm ich nicht mehr nach oben. Alter, was ist denn hier los? Wo bist du denn? Hier? Ist er schon wieder unten, oder? Eisenerz, Eisenerz. Ich bin direkt am Fuß von dem Ding. Ah, ich seh schon. Ja, ja, ich komm runter. Eisenerz. Oh, das wird so wichtig. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu lange falle, weil irgendwann macht er so eine Fallanimation. Ah, das Unrein. Ja, das hatte ich nicht markiert damals. Weil hier oben ist doch Schwefel irgendwo gewesen. Das hatten wir ja damals schon bei unserer letzten Tour gehabt. Schade, weil ich hätte, glaube ich, die Rohstoffe da, um wenigstens ein Förderband bis nach unten zu legen. Ja, du, ich meine, das können wir später auch dann anders machen, dass wir vom Dach des Computergebäudes aus einen Bahnhof bauen. Das ist eine geile Idee. Oder vom Dach vom Dingsi-Gebäude. Schmelze oder was? Öl. Ach, Öl. Ja, würde auch gehen. Aber cool, jetzt haben wir ein SAM-Erz. Ja, ist zwar ein Unreines, es gibt bestimmt noch irgendwo, was du freisprengen kannst, so ein Reines. Und lass mal noch hier oben drauf gucken, auf dem da. Da wollte ich gerade hin. Ah, sehr gut. Und wenn wir dann da oben sind, dann wirst du es nicht erraten, was dann schon wieder ist. Oha, doch, ich werde es erraten. Schon wieder die Time um hier. Dir ist schon klar, dass ich jetzt mehrere Optionen habe, um dafür zu sorgen, dass du einfach mal nicht recht hast. Zum Beispiel die. Oder die. Ich würde so lachen, wenn du schon freiwillig runterspringst. Nee. Gute Lieben. Ich würde sagen, das war es dann erstmal mit der Erforschung. Außer da drüben, die holen wir uns noch offscreen. Die da hinten. Ja, eine Violette, wenn ich das richtig sehe. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Ist ja nicht weit, ist ja Bus da rüber. Machen wir offscreen. Laufen wir ausdrücklich nach Hause, sammeln wir noch irgendwie was ein, was wir finden. Aber das ist jetzt nicht so ergiebig gewesen. Ich glaube, wir haben so langsam aber sicher ziemlich viel ausgelutscht hier aus der Landschaft. Dann müssen wir doch langsam wieder auf normale Tour hier weitermachen. Ich habe Mist gebaut. Ich baue ganz viel Mist. Du bist in der Schlucht, oder? Okay, Lieben, wir treffen uns dann gleich in der Base wieder, wenn ich noch die restlichen Sachen eingesammelt habe und Luke sich in der Zeit sein Equip wieder baut. Tschüss, bis morgen. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.